Hallo, ich bin die Johan und mache ein KFA im zweiten Lehrjahr bei der Siemens. Ich zeige dir jetzt meinen Alltag. Komm doch mit! Ich bin gerne mit meiner Familie und mit meinen Freunden, spiele Fussball und wenn ich noch Zeit finde, gehe ich auch ins Fitness. Das Schöne da ist, dass es nie langweilig wird und man jedes Semester die Abteilung wechselt. Ich zum Beispiel bin schon bei der Berufsbildung, bei der Auftragsabwicklung, in der Projektausführung und im Kundendienst schon gewesen. Ich lege Angebote und Kundenaufträge an, lege Kundendokumente ab, telefoniere bei Unklarheiten mit Kunden und bearbeite Schemakorrekturen. Johan ist mega selbstbewusst. Kennengelernt haben wir uns bei Siemens und ich finde es schön, dass wir so gut miteinander auskommen. Siemens hat flexible Arbeitszeiten und freundliche Ausbildner. So steht er in der Lehre nichts im Weg. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. Wenn dir das gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. So, jetzt hast du gesehen, wie ein Tag von mir aussieht. Vielen Dank.